Servus zusammen! Heute arbeite ich mal nicht im Homeoffice, sondern seit langem mal wieder bei unserer Freien Wählerzentrale hier in München. Doch wenn ich an die Fahrtkosten hierher denke, bei diesen Spritpreisen wird eigentlich über 2 Euro, 2,10 Euro, ja sogar über 2,20 Euro und die Ampel hat immer noch nicht wirklich gehandelt. Das darf nicht sein! Wenn die Enkeltochter für ihre Großeltern zum Einkaufen fährt, wenn die alleinerziehende Mama ihr Kind im Winter zum Kindergarten fahren muss oder denkt an die Krankenschwester, die nachts vom Umland rein nach Nürnberg, Regensburg oder Würzburg pendelt, wenn kein Bus mehr fährt und dann in der Nachtschicht im Krankenhaus ihre Patienten zu versorgen, dann ist Autofahren kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Der Bund muss jetzt schnellstmöglich handeln und für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Land gute Lösungen finden. Wir Freie Wähler predigen es schon lange. Jetzt hat es Berlin endlich umgesetzt, die Erhöhung der Pendlerpauschale. Gut so! Jetzt bitte auch die Mehrwertsteuer, die Energiesteuer und die CO2-Abgabe senken, damit die Menschen in Bayern und in Deutschland wirklich entlastet werden und auch weiterhin gerne in die Arbeit fahren. Davon haben wir alle was. Macht's gut, bis bald, euer Felix.